So, da sind wir wieder, Mario Schmidt-Wedling, Sisu-Training.de, heute die 228 von 365 mit einem weiteren konkreten Schwimmbeispiel für die aktuelle Kalenderwoche, für die dritte Kalenderwoche des 2014. Sieht wie folgt aus, kein Einschwimmen, sondern gleich einsteigen ins Main-Set, wie so schön heißt. 12x50 Meter, Pause 10 Sekunden, jeder vierte wird volles Rohr geschwommen, jeder vierte All-Out. Gefolgt von 200 Meter Streamline-Drill, das heißt, nehmt die Arme mal über Kopf, also wirklich mal in der Position, Kopf ist zwischen den Händen und richtig lange gleiten, richtig kräftig abstoßen und lange torpedoartig in der Streamline abstoßen. Dann 400 Meter Poolboy-Only, im Wechsel 25 Faust, 25 normale Handhaltung, gefolgt von 6x100, Pause 30 Sekunden, 25 Abschlagen, 25 ganze Lage. Dann hinten drauf, 5x folgenden Zyklus, nämlich 200, relativ lockeres Tempo, Pause 20 Sekunden, gefolgt von 100, Paddles Poolboy, volles Rohr, Pause 40 Sekunden. 200 Meter Ausschwimmen, 3500 Meter Total, Dauer circa Stunde, Stunde 10. Das ist ein schönes Beispiel für die aktuelle Kalenderwoche. Wer in den Genuss kommen möchte, so ein Programm in seinen Gesamt-Trainingsplan integriert zu bekommen, der muss jetzt einigermaßen schnell sein, denn so langsam schließen sich die Pforten bei mir. Ich kann eigentlich und möchte auch nicht mehr unbedingt viele Sportler aufnehmen, weil es einfach am Rande der Kapazität ist. Wer da Interesse hat, mail an info at sisu-training.de und dann nehme ich Kontakt mit euch auf. Bis morgen, ciao!